ja hier sind wir im zweiten teil von partnummer 63 ich hoffe das klappt alles wenn ich jetzt nebenbei noch am hochladen bin dass ich nicht zu große lags im spiel habe aber wie gesagt leute das wird uns zu zu knapp das hoch zu laden deswegen hoffe ich verzeiht ihm dass es heute zwei kleine teile gibt davon und ich denke mal so im sinn des entwicklers interessen intro drin drin dran dass man nicht wieder 500 minuten parten macht sondern vielleicht mal kürzeren ich denke mal dass das den ein oder anderen wahrscheinlich auch freuen wird und das attraktiver zum angucken auf jeden fall ist denke ich mal weil da so eine 40 minuten part oder sowas mal ganz ehrlich wer guckt sich das von euch an kann immer gerne in den kommentaren schreiben dann könnt ihr ganz ganz ehrlich sein und sagen jetzt die minuten ist mir eh viel zu lang gucke ich eh nicht oder hey ich gucke eh nur die ersten drei minuten die rest dann schalte ich eh schon ab könnt ihr ganz ehrlich sein gar kein problem für mich würde mich auf jeden fall nur interessieren weil dann weiß ich auf jeden fall dass ich da vielleicht mal ein bisschen gucke dass die parts nicht so lang werden wobei ich das ja nicht so krass beeinflussen kann weil ja wenn ich viele kämpfe haben habe ich viele kämpfe und da kann ich ja nicht so viel beeinflussen dran deswegen 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 können wir gerne ein paar bisschen feedback oder sowas danach sind wir gar kein problem liebe leute ja und jetzt kann ich so gehe ich so easy durch oder was sind die kaputt ohne spaß und nicht spaß was soll das dein netz jahr war man man wohnt immer rumgekrebs und nur eine krone und sowas im ersten teil jetzt mein teil zwei und wie sie fast drei kronen instant ok da noch eine bekommen dass mir aber egal und ich meine wir da hinten was sind und da noch mal was ich alles auf die linke seite konzentriert hätte ich das so geschafft ohne irgendwas durchzuarbeiten durch zu weiter und so weiter und so fort oh wie sie waren drei instant zack fertig der zweite part wird kürzer als der erste naja ich das gewusste aber ich jetzt weitergemacht hätte ich wieder andere gegner als jetzt so und drei drei stück das heißt nur noch eine heißt der part wird so cool ist dass ich eigentlich gar nicht lohnt aber gut viel glück danke danke der erste gegner der viel glück sagten sehr sehr geil du bist gut so ok er fängt damit an dann fange ich hier mit an ich brauche eigentlich nur eine eine krone das ist ja egal wenn wir das halten mini part 2 ja was ist ja auch denke ich mal nicht so wild ja wobei könnte ich könnte ihm auch bitte irgendwie mal schreiben also was weilt ihr davon wenn ich ja ich glaube dafür glaube ich zu viel oder ich habe gerade überlegt was ist eigentlich wenn ich sage ich mache 33 parts am tag ein part dass ich am anfang nur die truhen öffnet zweite part wo ich dann kämpfe und die kronen und sowas holen den dritten part wo ich dann nur die kronentruhe öffnet ich glaube es wäre zu viel oder naja dann würde ich wieder so eine massenproduktion und so machen ich glaube es wäre nicht so geil es regnet gerade noch nicht so stark ich muss ein bisschen aufpassen dass fenster nachher zu machen weil ich habe zwei fenster ausführen durchzuholen das eine ist ein schrägen fenster ist natürlich nicht so geil wenn das da rein regnet und deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen ja ja auch nö der macht das kaputt oder ja nicht äh netter herr geknarrt nein nein gar nicht den net netflamm der er ist oder netz durch die mit der schulwahrsinn merken diese alten Sendung nach keiner ok ein bisschen alten monisch ich weiß tut mir leid ah ich glaube ich nicht kaputt okay so eh nicht wenn er auf den Piu-Piu-Mann geht das ist ja ganz klar ich bin immer gut und das hic nuestra ab m heute ich carrot sowas gehen, also ich kann das schon beeinflussen, den ich jetzt sage, das dauert mir zu lange, ich cut oder so, also ich was. Aber ansonsten kann ich das so richtig krass beeinflussen, leider nicht, weil, ja, wenn ich kämpfe, kämpfe ich und wenn ich in so ein paar fünf Stunden gehe, dann geht dann nur mal fünf Stunden, da kann ich auch nichts dran ändern. Das ist dann nun mal so, ne? So, der sollte dauern gehen, bevor der einmal rankommt. Das ist sehr schön, der ist auch sehr voll explodiert, gerade, das heißt, sehr geil, wir können ordentlich immer noch was raushauen an Einheiten. Dann werden wir uns sehr freuen. Nicht genug Alexian Poppes, hau mit der Alexi ferm user raus hier. ... Knolikko, we can das nicht mir liebtes, nicht von sahle. We can das nicht we liebte sie gerade und alle. We can das nicht we liebte sentanzale. Konikko, we can das nicht verliebt, nicht von sahle. Kann das nicht tut. Nein, der Typ ist nicht vorgespurt, ich rede gerade wirklich so schnell. Unglaublich. Aber okay, da der Grund war kein Problem. Bei ihr, wir können eben ein gutes Spiel auf jeden Fall sagen, wir haben alle unsere Kronen zusammen, wir können die Kronentruhe öffnen, er hat auch ein gutes Spiel gesagt, vielen Dank, Herr Dodo. So, und das heißt, Kronentruhe öffnen und drin ist, wow, Gold, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, und gewählen, oh nein, alter, habe ich gut geraten. Ah, Feuergeist, nein, nicht so geil. Oh, Mini-Pekka können wir beide wieder im Upgrade, mega geil. Weil Kürn, ja, und von den Kanonen habe ich 5 Millionen Stück. Sehr, sehr gut, oh, ich kann die immer noch machen, aber das gibt's heute natürlich nicht, es gibt erst morgen, liebe Leute, gibt es erst morgen. Ja, gilt, da gibt's auch nichts, kann ich auch nichts spenden, das heißt, wir gehen einmal hier und sagen, hi, gibt's nichts geiles im Angebot, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich würde sagen, wir sparen mal so bis 10.000 oder sowas und fangen dann mal langsam an von unten nach oben, oder von oben nach unten, mal gucken, uns fortzuarbeiten und alles so langsam ein bisschen abzugraden, dass wir ein paar mehr Level kriegen, dass wir bei Stufe 8 sind, was mega gut wäre. Und ja, ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar natürlich auch und bis zum nächsten Mal, euer Kleiner Tom, ciao, ciao und bye, bye. Und legt da wegen dem Turnier, bitte meldet euch da, okay, ciao. Und da, okay, ciao.